Ahorntal Ahorntal ist eine Gemeinde südwestlich von Bayreuth in der nördlichen fränkischen Schweiz. Den Ort Ahorntal gibt es nicht, die Gemeinde ist ein Zusammenschluss von kleinen Ortschaften, die Gemeindeverwaltung befindet sich in Kirchahorn. Hintergrund Die Gemeinde Ahorntal würden 1972 im Zuge der Gebietsreform aus mehreren damaligen Gemeinden zusammengefügt, sie besteht heute aus den folgenden Ortsteilen. Mit dem Flugzeug Der nächste internationale Flughafen ist der Flughafen Nürnberg, etwa 1,5 Stunden entfernt. Mit Bahn und Bus Der nächste Bahnhof ist in Bayreuth, dann weiter mit dem Bus oder dem Anrufsammeltaxi. Der öffentlichen Nahverkehr der Metropolregion Nürnberg wird vom Verkehrsverbund Großraum Nürnberg VGN betrieben. Es ist möglich, mit einem Ticket verschiedene Verkehrsmittel, wie Bus, Zug, S-Bahn oder U-Bahn zu nutzen. Die Tickets können online oder über eine App erworben werden. Auf der Straße von der Autobahn, aus Fahrt Trockau gelangt man über die Stadtsstraße 2184 nach Ahorntal. Mobilität Jeden Samstagabend fährt der Freizeitbus, www.freizeitbus-bayreuth.de, im Landkreis Bayreuth die gängigen Diskotheken und Tanzsäle an. Sehenswürdigkeiten Die Sophienhöhle ist eine sehenswerte Tropfsteinhöhle mit einem Höhlenbären-Skelett. Insgesamt wurden in der Höhle über 70 Skelette von Höhlenbären gefunden, die inzwischen über die Museen der Welt verstreut sind. In der Höhle wird in einem Schaukasten eines der wenigen wirklich vollständigen Skelette gezeigt. Die Höhle ist vom Parkplatz der Burg Grabenstein oder vom Parkplatz im Tal aus über einen Anstieg von 35 Höhenmetern zu erreichen. Von April bis Oktober sind von Dienstag bis Sonntag von 10.30 Uhr bis 17 Uhr Führungen. Ein bis zweimal im Monat ist am Samstag von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr Musik in der Höhle, Sophie at Night. Montag ist Ruhetag, außer an Feiertagen. Die Ludwigs-Höhle ist eine hallenartige Höhle im Ehlsbachtal zwischen den Weilern Neumühl und Schweinsmühl. Die Höhle ist frei zugänglich. Das Snyderloch ist ein Durchschlupf im Fels. Die Burg Grabenstein wird heute als Hotel genutzt. Jedoch gibt es von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr Burgführungen durch die Ritter-, Waffen- und Prunksäle. Die Falknerei Burg Grabenstein ist ein Eulen- und Greifvogelpark mit über 80 der Greifvogelarten. Geöffnet ist vom 01.04 bis 06.11. Von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Flugvorführung finden nur um 15.00 Uhr statt. Das kleine Schloss im Ortsteil Weyer. Schloss Adlitz im Ortsteil Adlitz Kirchen und Kapellen Im Ortsteil Wollbach gibt es die römisch-katholische Kirche Marie Geburt. Im Ortsteil Kürzendorf gibt es die römisch-katholische Kapelle Marie Aufnahme in den Himmel. Im Ortsteil Kirchahorn gibt es eine römisch-katholische und eine evangelische Kirche. Im Ortsteil Ober-Eilsfeld gibt es eine römisch-katholische Kirche. Im Ortsteil Poppendorf gibt es eine römisch-katholische Kirche. Im Ortsteil Klausstein, hoch über dem Ehlsbachtal auf einem nach drei Seiten steil abfallenden Felsen, über der Sophienhöhle liegt die evangelische Klaussteinkapelle. Sie war im Mittelalter die Burgkapelle der damaligen Burg Ahorn, die da einst stand. Aktivitäten Der Promenadenweg im Ehlsbachtal ist ein etwa sechs Kilometer langer Wanderweg, der von Ober-Eilsfeld über die Ludwigshöhle und Sophienhöhle zur Falknerei Rabenstein weiter zur Burg Rabenstein und zurück nach Ober-Eilsfeld führt. Ahorntaler Brauereiweg, 23,7 Kilometer lang, 710 Meter Höhenmeter von Ober-Eilsfeld über Adlitz, vor der Geroid nach Kirchahorn und durch das Ehlsbachtal wieder zurück. Regelmäßige Veranstaltungen Am 1. Mai veranstaltet die Feuerwehr in Ober-Eilsfeld das Schäferfest. In Freihahorn ist Pfingstfest am Pfingstwochenende. Im Ortsteil Kürzendorf ist die Kirchweih am Sonntag nach Himmelfahrt. Frohnleichnamsprozession in Ober-Eilsfeld am Sonntag nach Frohnleichnam. Zweimal im Jahr finden im Juni und August finden auf Burg Rabenstein Mittelalter Märkte statt. Im Ortsteil Adlitz ist die Kirchweih im Juli. Ehlsbachtal Olympiade in Ober-Eilsfeld an einem der letzten Juli-Wochenenden. Im Ortsteil Pfaffenberg ist die Kirchweih am zweiten Sonntag im August. Im Ortsteil Ober-Eilsfeld ist die Kirchweih am Sonntag nach dem 15. August. Die Zeltkirchweih im Ortsteil Hintergeräut ist Ende August. In den Ortsteilen Brünnberg und Reitzendorf ist die Kirchweih am zweiten Sonntag im September. Im Ortsteil Kirchahorn ist die Kirchweih am letzten Sonntag im September. Im Ortsteil Wollbach ist die Kirchweih im Oktober. Höhepunkte im Weihnachtskalender sind die Lichterfeste am 20. Dezember ab 19 Uhr in Ober-Eilsfeld und am 21. Dezember ab 17 Uhr in Wollbach, mit einer Lichterprozession durch das Dorf mit Abbrennen von Bergfeuern und Prozessionsfeiern. An den Berghängen werden tausende kleiner Holzfeuer nach Einbruch der Dunkelheit entzündet, die Straßenlichter gehen aus, eine kirchliche Prozession zum Ende der ewigen Anbetung geht durch den Ort, Glockengeläut ertönt und die Blaskapelle spielt kirchliche Melodien. Nachtleben am Wochenende trifft man sich Tanzcenter der Brauerei Krug in Breitenlesau in der Gemeinde Weischenfeld oder im Musikcenter Trokau. Außerdem bieten die vielen kleinen feste Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Praktische Hinweise In Kirchahorn gibt es einen Geldautomaten. Auf dem Gebiet der Gemeinde Ahorntal gibt es verschiedene Ortsvorwahlen 09202, 09242, 09243, 09246 und 09279. Die Postagentur befindet sich im Edeka-Markt in Kirchahorn. Ausflüge zum Schwimmen ins Freibad nach Weischenfeld oder in die Therme Obernsees nach Mistelgau. Das Fränkische Schweiz Museum in Tüchersfeld ist nicht weit entfernt. Die Richard-Wagner-Stadt Bayreuth sollte man auf jeden Fall besuchen.